So, gut. Wow, Minecraft laggt sogar gerade bei mir wieder. Das ist ja wunderprächtig. Nee, heute spontane Aufnahme. Weil Französisch ausfällt. Natürlich der Unterricht. Und ein Tag ohne Französisch ist ein geretteter Tag. Das ist die Lebensweisheit, die ich in den letzten Tagen für mich entschieden habe. Ja, ja, ja. Ach Gott, was will ich denn hier? Nö, der Cooler meinte heute zu mir so, in Infofights, weil du es vergessen hast. Ich sollte doch mal wieder das Trashplay weiterführen. Da dachte ich mir, ja, okay, kann man machen. Was habe ich heute vor? Ich denke mir so, weil es kommt ja als Ersatz für One-Star-Hunter. Da ich brauche ja auch mal wieder ein bisschen Freizeit hier. Und ich schaffe es halt nicht, Monster-Hunter hochzuladen. Deswegen habe ich nur drei Stunden und bla. Ähm, ja. Gehen wir doch heute mal ein paar Monster jagen hier in Minecraft. Nein, natürlich nicht. Ich will expandieren. Wir expandieren, würde ich sagen. Hört sich ganz plausibel an. Und zwar expandieren wir in diese Richtung. Aber ohne ihn. Mein Junge. Ach, geil, okay. Nee, heute wieder schöne Musik von FamilyJuels7X. Ich habe einfach mal alle Cover reingehauen, die ich von ihm auf dem PC habe. Und wir können mal gucken. Vielleicht kommt noch das ein oder andere an, dass ich mich nicht mehr erinnere. Da denken wir so, oh ja, geil, das war noch Zeit mehr. Der hat ja momentan gerade, glaube ich, wieder Pause. Finde ich schade. Ich würde wieder gerne wöchentlich Covers von ihm haben. Covers? Ja. Hört sich korrekt an. So. Ich weiß noch nicht, warum wir expandieren. Ich dachte mir, expandieren ist ein tolles Wort. Deswegen machen wir es einfach mal. Wie das in der Praxis aussieht, weiß ich auch nicht. Aber wir können eigentlich mal eine Mine gehen. So. Mine-Kraft. Moment, haben wir nicht sogar eine Mine? Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir haben sogar eine Mine. Jetzt habe ich mir aber hier ganz witzige Sachen ausgedacht. Expandieren, obwohl wir schon eine Mine haben. Hm. Ach, naja. Oder ich mache hier halt ein neues Zimmer draus. Äh. Wie kann ich denn? Ach so. Hm. Ich habe es ja sogar fast mitgedacht. Ich weiß ja gar nicht. Übrigens, Abusted Clouds von Köppich 64. Was jetzt gerade zu Ende geht. Ja, aber ich kann auch hier mal ein schönes Zimmerchen draus machen. Weiß ich nicht. Damit das hier mal ein bisschen luxuriöser gestaltet wird, diese... Das ist... Ken Seam aus Three Fighter. Ja. Dürfte sein. Wenn nicht, habe ich Scheiße geboren. Dann ist das eben nicht. Aber. Egal. Die Di alle... Das ist... Ich glaube es nicht, oder? Das ist die... Das ist... Das ist... Meine Mine. Ach Gott, bin ich geil. Aha. Mann, ist das gut. Das finde ich super. Oh, das ist ja... Hier oder wo sind wir rausgekommen? Vielleicht sogar ganz am Ende? Wir sind sogar ganz am Ende. Das ist ja... Ach du Scheiße, Mann. Das ist ja jetzt richtig krass. Das war nicht geplant. Ähm... Super. Was will man mehr? Jetzt habe ich hier sogar einen kleinen Eingang zu meiner Mine. Das ist ja... Wunderprächtig, würde ich meinen. Oh, oh. Oh ja. Oh ja. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Ich frage jetzt nur, was fangen wir jetzt mit dieser... ...tollen Sache an? Ich meine, wir könnten ja immer noch den... ...Expansionsplan... ...in die Tat umsetzen, oder? So. Das sieht jetzt aber scheiße aus, deswegen... Also muss ich hier nochmal was wegkauen. Das sieht jetzt aber wieder scheiße aus. Ja, los. Ähm... Gut. Joa, okay. Hätten wir es auch geklärt. Genau, wenn das keine Expansion war, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht können wir jetzt, äh... ...klapptüren, irgendwie. Ich könnte ja mal wieder... Ah ne, ich habe ja Schwarz-Eichenholz. Was ist das? Schwarz-Eichenholz. Ich könnte mir mal ein richtiges Haus bauen. Wie wäre das... Wie wäre das als Gedanke der Expandierung? Hm. Oder wollte ich das... ...sieh irgendwie interessant aus? Die Turmen machen wir dann andermal weiter. Ich habe da jetzt gerade... ...keine Ideen für. Aber ich will jetzt halt irgendwo mal ein... ...Haus bauen, nachdem ich jetzt mal noch mal so schlafen habe. Vernünftiges Haus, nicht nur so ein schwebendes Dach. Auch wenn es irgendwo Kunst ist, aber... ...ja... ...aber ich meine, wenn man Kunst haben will, dann macht man Anime, der nur aus Gesprächen besteht. Oder auf Gesprächen... ...auf Gespräche ausgelegt ist. Das nennt man dann Kunst. Hey, listen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Das wird wahrscheinlich der... ...der... ...der... ...cooler 341 gewesen sein. Und der Select. Geil. Oh, noch einmal. Das ist Prelude von Final Fantasy. Sollte man eigentlich kennen, so als... ...wie man so Videospieler spielt. Ich gucke mal ganz schnell nach, was der so schreibt. Dann kann ich das doch gleich mal in den Parten tenkurieren. Ja, aber zwei Folgen dann. Er will also zwei Folgen Minecraft als Ersatz für Monster. Ich weiß nicht, ob ich heute zu zwei Folgen komme. Aber wenn nicht, vielleicht lässt sich das ja einrichten. So, in welche Richtung expandieren wir denn? Wenn ich dort oben alles wegholze... Oder... Oh, wir machen einen Ba... Oh, auf den Baumwipfeln werde ich mein Haus errichten. Das wird jetzt... Da ist mir jetzt eine Idee in den Kopf gekommen. Immer wenn die Sonne aufgeht... ...immer wenn die Sonne aufgeht, wird... ...das Tal im Schatten meines gigantischen Schlosses liegen. ...wenn das ein Schloss wird. Mal gucken. Oh ja, oh ja. Äh... Nee. Warte mal. Vielleicht oder vielleicht so einen Aufgang hier bauen. Vielleicht finde ich so nebenbei noch ein paar Erze. 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 Mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, wirklich zwei Folgen davon hochzuladen. Das könnte eigentlich möglich sein, weil ich... Ich weiß gerade gar nicht... Wie lange braucht Minecraft denn zum Hochladen? Halbe Stunde? Weiß ich nicht. Ich meine, Minecraft läuft ja auch nicht flüssig. Auf, was weiß ich, wie viel FPS. Musik passt gerade sehr heroisch. So, für den Beginn eines neuen Abenteuers in der Welt von Final Fantasy. Ach, wenn das doch nur so wäre. Und zwar in der richtigen Welt von Final Fantasy, nicht in der Welt von Final Fantasy 13, 14 oder 15. Sondern in dieser guten Albumwelt. Wo es noch hier ist, ja, du musst jetzt Zip treffen. Ich weiß gar nicht, gibt es in den neuen Teilen überhaupt noch Zip? Ich würde mal ein paar... Ah, ja, würde das mal... Mal gucken. Nein, kommt zurück. Schaffen wir die Grundlage... Meines Reiches, meines Imperiums, das dann Palamesia nenne. Wo wir gerade bei Final Fantasy sind. Ähm... Und dann sagen kann, I am the Emperor of Valamishia. Sneaky Anschluss. So. Das wird dann... Wenn ich hier dann eingezogen bin, dann können die Monster mich auch mal ganz kräftig und voller Freude am Arsch lecken, bis ihre Zungen anfangen zu bluten. Ja. Vergessen wir das. Na, warte mal, wie es liegt. Und man... Ach nee, Moment. So. Das ist aber ein geiler Ausblick, muss ich schon mal so sagen. Und so schlecht sieht das von hier oben gar nicht aus, dieses kleine Tüppchen. Na? Aber es leckt gerade selbst bei mir. Woran liegt denn das? Wow, da ist sogar der Media Player in den Streit gegangen und hat gesagt, nee, ich spiele jetzt keine Musik mehr ab. Ich bin mal gespannt, vielleicht mache ich jetzt auch mal für Minecraft Crashplay something jetzt, weil ich habe ja eigentlich nie so was. Was war das denn nochmal? Ach, äh, 4, 4 Factory. Nee, nicht 4 Factory, 4 Factory. Aus Donkey Kong Country. Oh Gott, wieso leckt denn das? Wieso, wieso leckt die Scheiße? Nein, 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 Es wird ein, äh, Grundpfeiler, so. Jetzt ist es, jetzt ist es moderne Kunst. Nicht nur Kunst, jetzt sogar moderne Kunst. Äh, hm, 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 wenn das, nee, das dürfte doch 4 Factory geließen haben, das Lied. Äh, wenn, doch, ich habe eine Axt, aber eine Blitz-Axt, wieso habe ich keine? Vergessen wir das. Ähm, wenn das nicht vorbei ist, dann werde ich den Park beenden und vielleicht noch einen Park aufnehmen, ich habe dann glaube ich noch Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme, aber 4 Lieder dürfen immer ausreichen. Ich habe ja glaube ich schon im ersten Part gesagt, oder im zweiten Part, dieses Trash-Plays, dass ich mich an den Liedern orientiere, wie lang die Parts sind, nicht an der Zeit, weil ich, wozu denn, welche Lieder habe? Ja, lassen wir das als Grundfläche, lassen wir das als Legs, die ich hier habe. Und, das Witzige ist, ich muss mich für die Nacht noch nicht mal nach unten zurückziehen, weil ich habe noch viel Holz, ich habe Fackeln und hier hoch kommt eh kein Monster. Aber die Legs gehen mir dann doch gerade ganz schön auf die Nerven. Nja! Habe ich Steine 64? Warum denn nicht? Ich frage mich gerade nur, will ich den Eingang da lassen? Das könnte jetzt ganz schön in die Hose gehen, wenn ich was falsch mache. Was ist denn hier? Ach, guck, keine Ahnung, ich habe ja noch drei. Jetzt habe ich den Sieben. Komm. Hier haben. Was zur Heile ist das? Naja, aber, wie dem auch sei, das war es mit dem Part von dem Minecraft Fresh Play. Ja, One Ring Danger. Gut, ich bin sehr, Noturnical 7 und tschau. 次 beherr, geht's seems vama. Tschau. tell me. Tschau, tschau. Da, tschau. Noturnical 8. Tschau, tschau. Monta. Top 25.